Dein Motivationskick bei Einfach lebensfroh. Toll, dass du hier bist. Hallo, zurück bei Motivationskick Nummer 25. Ja, schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich riesig, dass du einschaltest. Das bedeutet mir wirklich richtig viel. Und heute gibt es wieder einen Alltagstipp. Also weniger Motivation, aber hoffentlich ganz viel Möglichkeiten für dich, um das einfach mal im Alltag zu versuchen anzuwenden. Denn heute möchte ich dir zur Handreflexzoonmassage ein wenig erzählen und wie du gerade deinen Magen-Darm-Bereich nach durchgemachter Magen-Darm-Erkrankungen oder bei stetigen Beschwerden oder kleinen Zipperlein unterstützen kannst. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte große Folge. Da haben wir uns mit dem Thema Magen-Darm-Erkrankungen auseinandergesetzt und ich habe dir viel an Tipps, Ideen und Möglichkeiten mitgegeben, wie du die Naturheil kundlich unterstützen kannst. Dein Magen-Darm-Bereich und natürlich auch, wie du hoffentlich möglichst dir diese schrecklichen Viren gar nicht erst ins Haus holst. Aber mit Kindern ist es nicht immer ganz so einfach. Ja, und heute möchte ich dir erzählen, wie du nicht nur mit den Bitterstoffen, die du vielleicht aus der SmartFit Freitags-E-Mail mitbekommen hast, wie du damit deinen Magen und dein gesamtes Verdauungssystem unterstützen kannst und stärken kannst. Heute möchte ich dir zeigen, wie du es praktisch mit deinen Händen machen kannst. Ja, du kennst mit Sicherheit oder hast schon mal von der Fußreflexzonen-Massage gehört. Ja, das machen gerne Physiotherapeuten. Es gibt auch Fußreflexzonen-Therapeuten, die damit arbeiten. Oder gerade bei der Fußpflege nutzen sie auch den einen oder anderen Handgriff, um deine Füße zu entspannen und natürlich auch damit den Fuß beziehungsweise dein gesamtes Immunsystem, deinen Körper wieder in Einklang zu bringen. Nun, und solltest du keinen wunderbaren Fußreflexzonen-Therapeuten, Physiotherapeuten oder sonstiges Personal ständig bei dir haben, wo du sagen kannst, hier, ich schrecke dir mal meinen Fuß entgegen, mach mal, kannst du das auch selber machen mit den Handreflexzonen. Denn die Hände und die Füße entsprechen sich und damit kannst du all das, was man an den Füßen machen kann, bekommt, kannst du auch an den Händen machen. Das ist ziemlich cool. Natürlich geht immer nur eine Hand zur Zeit, aber stell dir einfach vor, wenn du jetzt auf deine Handflächen guckst, beide Daumen gucken nach rechts und links außen, dann hast du also deine Handflächen mit den Linien, mit den Handlinien direkt vor dir. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, um erst die eine und dann die andere Hand nacheinander ein wenig zu beleben und gerade das Magen-Darm-System gut zu aktivieren. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dir auch schon erzählt habe, dass ungefähr 60% unseres Immunsystems im Darm sitzen und manchmal ist da noch ordentlich Trubel nach so einem Infekt. Um das Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen, kannst du die Handreflexzonen-Massage ziemlich gut benutzen. Kinder finden das übrigens auch besonders gut, weil sie sehr viele Nervenenden gerade an den Fußsohlen haben, aber auch an den Händen. Und gerade das Durchkneten der Hand, in dem Fall ist es nichts anderes, an bestimmten Stellen wirkt sehr belebend, nicht nur für das gesamte Verdauungssystem, sondern für den gesamten Körper. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ungefähr 60% des Immunsystems im Darm sitzen und dass all die Giftstoffe und die Fremdkörper und Fremdstoffe, die der Körper loswerden möchte, die werden über die Lymphe abtransportiert. Also all das, was der Körper an Aktivität bringt und Viren und Bakterien zerstört, das wird nicht ins Blut abgegeben, sondern in die Lymphe. Und über die Lymphe wird das dann ausgeschieden über den Darm, in dem Fall eben über die Verdauung, Stuhlgang oder auch die Niere, in dem Fall Urin. So, also ist ganz wichtig natürlich immer viel trinken, um dieses System am Laufen zu halten, um die Lymphe auch flüssig zu halten und natürlich auch die Ausscheidungsprozesse in Gang zu halten. Jetzt ist es auch sehr, sehr, sehr angenehm, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, wenn ich die Zwischenräume zwischen meinen Fingern, also zwischen Daumen und Zeigefinger, zwischen Zeigefinger, Mittelfinger, Mittelfinger, Ringfinger und Ringfinger, kleiner Finger, einfach ausstreiche. Diese kleine Schwimmhaut, die wir nicht haben, wenn wir die richtig schön ausstreichen, mit so einem leicht kneifenden Griff von Daumen und Zeigefinger der anderen Hand, tut extrem gut und finden Kinder, ganz besonders zwischen den Zehen, das geht nämlich auch zwischen den Zehen, aber auch zwischen den Fingern, ist ein extrem guter Trigger, um den Lymphfluss wirklich anzuregen, sodass also die Ausleitungsfunktion des Körpers noch unterstützt wird. Das also, das Erste, die Zwischenräume der Finger einfach ausstreichen, ist ein ganz, ganz wundervoller Effekt, um das Immunsystem zu kräftigen und anzuregen und gerade um den Magen-Darm-Bereich, also Magen, Leber, Galle und Darm, wieder in Einklang mit sich selbst zu bringen und das Immunsystem anzuregen, ist gerade die Mittelhand, also alles, was auf ungefähr unter den Handwurzelknochen oder im Bereich der Handwurzelknochen liegt, der richtige Bereich. Vom Daumen, wenn ich die Handfläche zu mir zeigen lasse, also wenn ich die Handlinien sehe, kann ich beginnend im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger, also richtig auf der äußeren Kante der Hand, anfangen, mit leichten drückenden Bewegungen meines Daumens voranzuschreiten Richtung innere Handkante. Also ich wandere einmal von außen nach innen und übe leichten Druck immer von außen nach innen mit meinem Daumen aus und kann natürlich als Gegenkraft meinen Ringfinger und meinen Mittelfinger als Unterstützung auf den Handrücken legen und praktisch immer von beiden Seiten Druck ausüben. Ich kann aber auch einfach nur den Daumen nehmen und gegen meine Handfläche drücken. Das mache ich zwei, drei Mal auf dem gleichen Bereich und dann wandere ich ungefähr einen Zentimeter tiefer und wiederhole das Ganze. Beim Ausdrücken mit meinem Daumen aktiviere ich so langsam den Magen, die Leber und dann bis knapp unter die Handfläche beginnend Richtung Handgelenk auch den Daumen. Das heißt, der gesamte Großteil meines Handtellers repräsentiert bei der Handreflexzone-Massage Leber, Darm und natürlich auch Magen und durch das langsame Druckaufbauen und Massieren aktiviere ich reflektorisch auch natürlich die Organe direkt. Ich kann das natürlich auch, wenn ich jemanden habe und ihm das zeigen kann oder es bei jemand anderem mache, auch an den Füßen machen direkt. Dann ist noch ein bisschen mehr Kraft manchmal nötig, aber einfach, um auch zwischendrin mal eben das Immunsystem zu aktivieren oder bei akuten Bauchschmerzen kann man auch gut diese Handreflexzone-Massage anbieten und wenn alles zu viel ist, gerade wenn Kinder starke Bauchschmerzen empfinden, kann man auch einfach nur den Daumen der anderen Hand direkt auf die Mitte des Handtellers legen und einfach nur halten. Das aktiviert den sogenannten Solaplexus, aber natürlich auch reflektorisch vor allem die Leber und das ist wiederum ein sehr, sehr guter Anfangspunkt, um die Verdauung wieder zu normalisieren. Ich hoffe, du konntest dir das gut vorstellen und probierst es einfach mal aus. Du kannst dabei nichts verkehrt machen. Achte einfach auf dein Wohlbefinden, wie sich das für dich anfühlt und probiere einfach mal aus, wie das Behandeln deines Handtellers dir gut tut, ob du es magst, ob einfach auch das Gefühl und die Massage auf dem Handteller dir gut tut. Das würde mich besonders freuen und hast du noch andere Ideen oder magst du einfach mal von deinen Erfahrungen erzählen, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einfach unter diesem Motivationskick einen kleinen Kommentar schreibst oder das kannst du natürlich auch über iTunes machen. Ich wünsche dir eine wundervolle, gesunde Woche. Bleib fit, strahle von innen heraus und verändere dein Leben. Alles Liebe, deine Alex. Und das war es schon wieder. Toll, dass du zugehört hast. Wir hören uns zur nächsten großen Folge. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.